Musik Natürlich ist es spannend darüber nachzudenken, wie in einigen Jahren Lehren und Lehrmaterialien aussehen und wie sie eingesetzt werden. Es ist aber auch eine echte Herausforderung, sich darauf zu einigen, was in den nächsten Monaten passieren wird. Bei Let's Work haben wir dazu Wetten abgeschlossen. Jeder konnte dabei sehen, auf welche Entwicklungen die anderen Expertinnen und Experten setzen und in lockerem Rahmen auch darüber diskutieren. Aus diesem Abstimmverhalten können wir nun Vorhersagen ableiten. Musik Das Spannende am Einsatz von Wetten zur Zukunftsforschung ist, wir müssen überprüfen, ob sie eintreffen. Wir wollen ja auch unsere Wettkönige krönen. Dabei werden wir auch ganz genau feststellen können, wie gut das Verfahren ist, um die Zukunft vorherzusagen. Aussagen, die in anderen Verfahren generiert werden, sind dazu in aller Regel zu allgemein und ungenau. Musik Das Spannende Musik Das Spannende Das Spannende Das Spannende Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.